Was mich immer so beschäftigt hat, wenn es jetzt darum ging, dass du was schreiben solltest, was Menschen betraf, die du mochtest, die Freunde waren, sage ich mal, oder sind. Es gibt nur einen Bericht über so einen, der mir sehr nahe, weil ich letztlich im Grunde meines Herzens immer den Satz meiner Mutter hatte, der größte Feind im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant. Klar? Und dieses Wort ist nie aus mir rausgekommen, das hat immer genacht. Ich habe viel zu wenig Leute angeschissen. Bist du jetzt zufrieden? Nein, es geht nicht darum, ich gehe über Bord. Ich höre diese scheiß westdeutschen Filmfragen genau raus. Denk mal nicht. Ich habe kein Gewissen und ich habe keine Moral. Jedenfalls nicht eure. Wo ist mein Einkauf? Er ist vor deiner Kammertür da oben, damit er nicht einflirrt. Ich bin jetzt so oft zu meckern, ich habe den Schitan. Ich meckere nicht. Na klar meckere ich. Ich habe die Fassung, habe ich leider wieder verloren. Ich bin jetzt so oft zufrieden. Ich bin jetzt so oft zufrieden. Ich bin jetzt so oft zufrieden.